FICOM Hallo, herzlich willkommen auf dem Stand von FICOM. Ich bin Stefanie Unterrettmer, die Marketingmanagerin von FICOM Europe. Heute präsentiere ich Ihnen unsere brandneuen Produkte. Es geht los mit unserem Cluel. Das Cluel ist unsere Einsteiger-Serie. Wir bieten zu einem Top-Preis von einem UVP von 149 Euro einen 1,1 GHz Quadcom-Prozessor, 1 GB RAM und 8 GB ROM als Speicher. Die Kamera ist mit 5 Megapixeln ausgestattet und für Selfies auf der Rückseite eine 2 Megapixel-Kamera. Zusätzlich ist unser Gerät mit Bluetooth ausgestattet und ist LTE-fähig. Es gibt auch ein Dual-SIM. Somit kann man Privat und Business miteinander verbinden. Zusätzlich sind im Lieferumfang enthalten drei Wechsel-Cover. Einmal Dark Patrol, dann für die Damenwelt Masala und auch noch Silber. Die Batterie ist mit 2300 mAh ausgestattet. Somit hat man immer genug Zeit für Privat und Business. Jetzt geht es weiter zu unserem nächsten Modell, zur Energy-Serie. Die Energy-Serie ist unsere Mittelklass-Serie. Hier sehen Sie unser neues Energy L. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß. Auch das Energy verfügt über Dual-SIM und LTE. Auch hier wieder ausgestattet mit einer 8 Megapixel-Kamera und einer 2 Megapixel-Frontkamera für Selfies. Der Straßenpreis beträgt 169 Euro und ist somit perfekt als Mittelklasse-Modell geeignet. Was besonders hervorzuheben ist, ist das HD-Display. Auch der Akku des Energy L ist mit 2300 mAh verfügbar. Der 2300 mAh Akku hält locker 24 Stunden für privates und Business-Vergnügen. Wir sehen uns auf den Auf Wiedersehen.